Herzlich Willkommen beim Task Force Let's Play. Ich bin Damon und wir spielen heute Star Wars Battlefront mit der brandneuen Erweiterung der Todesstern. Los geht's! Und wir starten mit der Kampfstation auf Seiten des Imperiums. Wir sind angegriffen. Die Rebellen attackieren unseren Sternzerstörer. Fangt sie ab! So, wo sind diese Rebellen über mir der Sternzerstörer? Da sind Rebellen. Und abgeschossen. Und abgeschossen. Oh nein, wir müssen uns so. Na gut, wir sind ja gut. So, wir haben mal ein gewagtes Ausmaß, weil ich dann über einen Weltraumschrott vorbeigehe. Und die Astieriden kann ich auch noch zur Deckung nutzen. Der erfasst mich nicht mehr. Also bin ich mir relativ sicher. Von B-Wing gekillt. Und weiter geht's mit dem TIE-Abfall. Ich bin hier nicht nur auf Seiten des Imperiums, sondern von der Spinner wäre hier die beste Maschine. Auf den Todesstern. Und die Stille ist in den Biregen, da kommt es ein bisschen. Lustige Entscheidung, schade und hab mich noch selber mitgenommen. Au, au, au! Ich bin erledigt! Das ist mein Kollege hier. Und ich glaube, da ist er weg. So ist er direkt neu, Freunde. Wir sind ja wieder hier. So, hier unten ist nicht so viel los. Angriffen wird ja auch oben. Ja, ich nehm schon wieder immer nur Streifschüsse mit hier. Das ist das, was ich jetzt aus dem Allspunkt zu machen. Okay. Jetzt gehört doch dazu. Hier muss ich jetzt ein paar Maschine. Und jetzt ist er recht gut. Der Sternverstörer ist ungeschickt. Wir haben seine Windgenerator unterstört. Verteidig! Ich fließe halt tot rum, aber egal. Aufmissmantel. Schade, schade. So, ich ziehe einfach mal hoch, um mir dann einen Überblick von oben zu verschaffen. So, den haben sie mir geschnappen eigentlich. Wenn mich nicht von hinten einmal abfängt. Hab aber noch XP bekommen. Fürs Anhinken. Die Feindlieger haben mich von hinten erwischt. Verteidig unseren Sternverstörer. Die Wellen haben seine Steckgeneratoren geschlägt. Wir haben sie unterschätzt. Hinter dir ist ein falscher Jäger. So, jetzt muss ich schon mal geschickt ausweichen. Der Sternverstörer hat eines seiner Subsysteme verloren. Wir müssen diese Jäger von ihm fernhalten. Wir müssen die Hölle oder so weitergehen. BAM! Wir haben da, als ich erwischt. Da habe ich zugewachse Manöver geflogen. ist aber geil aus finde ich bis dahin der schwärmverstörer hat seine schwelle verloren und ist ungeschützt und erzieht euch auf jede weltjäger wir stehen nicht so endlich haben wir sie verdammt nochmal na Junge, die Uhr ist hier schade ankommen denn jetzt werde ich hier erfasst ich muss doch mal ausweichen schon wieder mein Gott kommissar, gleich schon mal zum abfangen so und das war die Raumschlacht auf geht's auf die Kampfstation in den Energiesektor das ist das Konzept hier ja, zuerst wird geflogen und dann wird Stimme erzählt ah, ein bisschen ausweglose Situation würde ich sagen und auf geht's zum bewachen des DIN oh, da war die Tür leider zu da ist nicht so gut da guck ich auch mal direkt das ist ja da guck ich auch mal direkt den Wegmacher und der Leia gegebenenfalls den Rückenfall dagegen ja, wieder so hier rein die haben mich vergessen, deshalb nicht da da ist die gute Meier der habe ich aber gut gegeben um die Special Locks hier zu killen ist mehr als einer notwendig um die Special Locks hier zu killen aber ich wollte nicht durch die Granate sterben und das Ziel habe ich immerhin erreicht so, die Rebellen haben den Androiden wohl erhobert und wir müssen ihnen jetzt angreifen Kopfschuss Bonus geil so, hier mal fix der hat mich geschickt wo ich bin, doch da war das geschickt und da war ich schon zu sehr down durch die Überzahl so, Darth Vader ist da da häng ich mich einfach mal dran da hope hat die Augen nach dem Hochgeberredit hat Schubacca auf die haben wir hier festgelagelt gut Den hätte ich sehr schön gehätschottet. Die Rebellen, Prinzessin, mord sich ja keine Ärger mehr. Wieso der Druide muss angegriffen werden, kann es einfach so ein Münchertag. Das ist die Verboxen. Das ist der Verboxen mit dem Arm vor demSeen. und Chewbacca ist down ich auch so das war es mit dem Evacuierungspunkt und auf geht's auf die Todessternoberfläche die kennen wir schon deshalb an dieser Stelle vielen Dank fürs Zusehen bis zum nächsten Mal im Task Force und let's play